Tension 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 Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Let's Play Together World of Tanks Ich spiele heute wieder mit Rabu Hallo Ok Rabu machst du los? Na klar Und da Gut Ja das ist so Also dass ihr jetzt längere Zeit von mir nichts gehört habt Das war mein Fehler Also eher kein Fehler aber Ich brauchte erstmal ein bisschen Zeit Deswegen gab es jetzt längere Zeit nichts von mir Aber jetzt bin ich ja wieder da Ey diesmal bist du wieder nicht der Letzte Ja jetzt hey du bist der Letzte Ja natürlich Boah Boah die Map die witzig Ok kenne ich nicht Äh hier bin ich mal mit Ah jetzt am X rumgefahren Ok die sind schon länger Kann man mal nix Ey ins Wild kann man mal nix In meinen Starken mal vorn Er zieh dich einfach mal mit rein Du ist verletzt aber scheißegal He 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 Also japanisch muss ich finde ich ein bisschen witzig Die die sich fragen warum es jetzt Grafik anders aussieht Ich musste das von Unterdrehen weil ich ja vorhin schon mal eine Runde gespielt Und da war meine Grafik einfach komplett niedrig Also Ich hätte eine sehr geringe FPS Anzahl Ja Immer noch Lacks Ja ist egal Ich seh grad die haben unten 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 eine Linie eingeführt Und man sieht wo man grad hinguckt Ja das ist Ne das ist Ah genau das ist der Mittelpunkt wo jetzt grad eine Kanone auch hinguckt immer Boah ich muss grad mal kurz stehen Mal einstellen was ändern Trafik Und ich muss das mit ihm aufsetzen Fenstergröschen lassen wir Bei mir ist alles so hell Äh die Qualität Ein bisschen Effekte Aus So 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 zählen weil das Bild mehr als an der Krieg ist reichweiter zu da war es mir Wir haben sie nicht mal angekratzt! Lalalalalalalalalalala Und ich bin weg! Oh, man merke es, ich längere Zeit keinen VRT gespielt habe Weg! Weg! Wo?! Siehst du mich da vorgetuttert? Ja, ich sehe ja neurot刚 Boaah! War es jetzt einfach nur noch durch, weil es bei mir lag Serum quantitative Das Ding was ich gemacht habe Hast du immer? aber kurz mal einstellungen abdreht einen dach mit einer lösung aber auch 50 prozent von mir aus 75 70 Boah, bin ich in Fünfer? Jetzt töte er es mit dich Na, der hat in 37 Leben Da kommt gleich wieder vor Achtung Jetzt er! Kommt er gleich Er richtet schon seine Kanone auf dich Welcher Spectator Kann ich dir sagen, ich hätte so im Deck gucken Komm, put 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 Mann, man weiß Boah, das wird so witzig, wenn ich einen Töter Achtung, er kommt jetzt gleich Muss nicht sein Siehst du? Ich werde mal nicht von runter Boah, Schei Oh, er hat wohl der Erde gekannt Ich wusste es Hm, kann doch noch sein Rechtschüsse rausgefallen, wir feuern blind Neues Glück, neue Runde So, wir sind jetzt schon raus Okay Ähm, zurück zur Garage Hast du einen Light Car... Hast du einen Zweier noch? Dann machen wir erstmal zwei rum Ja, ich hab noch einen Zweier Und, der Runde, der Spaß Haha Solang es mir nicht auf die Ketten geht, ist alles in Ordnung Hehehehe Hey, ich bin wieder in der Mitte Und wir sind, äh, und wir sind drinnen hier von dem Bleichturm Okay, wie gesagt... Hey, ich muss mal geraten Bei dir hat's wohl schon geladen oder? Ich muss mal geraten Ich muss mal geraten Ich kann das machen 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 Ab zum Berg 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 Wolltest du mal bitte weiter nach da? Du musst mich nicht drängen! Ich werde von euch beiden hier eingeengt! Ja! Ihr wollt' mich wohl in den Mangel nehmen oder was? Hey, Partzer verdrücken! questions B- Nein 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 Sch! 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 Ja, ich habe den doch schon! Gesehen Aber der haut ab! Der drübe drüben Ah, for the hell! Der macht übelst Damage Geil, der ist weg. Ich hab den Typ noch gerade gehabt. Ich hab den Typ noch gerade gehabt. Das wird eine von mir da vorne, klasse. Oh, so schlau. Willkommen beim Stalken von Yonaruto. Willkommen beim Stalken von Yonaruto. Ja, der hat übelst Damage. Wie kommen mir doch gerade Schüsse ab? Was zur Hölle? Ah, da unten, da ist hinten. Pass auf, Freund-Panterung ist sehr stark vorne und seitlich. Meinst du von dem, der da kommt? Ja. Okay. Am besten von hinten attackieren, am besten von hinten attackieren. Wenn ich jetzt unterfalle, bin ich weg, also. Wow, ich werd vom Auto fangen. Ich merk's, dass er... Ja, da war ich weg. Kriegst du runter? Ja. Oh, zurück zur Garage. Okay. Ist der andere Panzer fertig? Ja, der ist fertig. Ja. Oh. Guck. Nee, ich hab mir nicht gekocht. Oh Gott, erstmal. Wieder unter den Einstellungen was ändern, damit der sich hier nicht legt. Ich stimme mal, die haben an der Grafik irgendwas verbessert. Und deshalb legt's jetzt mehr. Oh Gott, ich klick mal auf Entfreuen. Guck mal, was mir entfreuen wird. Mir wird, äh, wird, äh, also, empfohlen. Zuliche Effekte auch niedrig. Hm, sonst ver, nix mehr. So. Minimum ist es. Stolz du? Ja. What? Get, 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 get. Guter Junge. Stopp. Stopp. Steppen. Steppen. Das ist wieder von Vorhaben. Hm, hm. Ich mach das ganz einfach. Ich mach das jetzt einfach auf, so. Ich mach das jetzt ne schöne Selbstmannattacke. Ah, kannst du ja machen. Oh, da ich vor zu Base. Ich bin schneller als die anderen. Müsst ihr ich hoffen. Du kannst auch zu dem Punkt fahren und den einnehmen Ich denke, was ich machen will Das ist Exo-Base Was ist wohl die Base? Ich hab jetzt gedacht, du meinst den Punkt 1 Ich mein jetzt die weiße Flagge Ja Läng dir los! Ah So und langfohlen Und Tempo! Wie kann man nochmal diese Befehle senden da? Ein mit Y Ein mit Y Ah, okay Ich krieg da Y, dann sieht sie diese Reihe Warum krieg ich da ein auf mich? Na, weil du Hilfe geschrien hast Weil du Hilfe geschrien hast Was hat denn wohl sonst? Was hat denn wohl sonst? Oh, 500 ms gerade gehabt Übers Flagge Ja, weil mir läuft schon Boah, leider hier zeigt hier wie sonst ne was Weg 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 Ich kann Oh, Fimper Alter, das ist klasse Wir fehlen mich gleich Läuft Achtung, ihr kommt gleich um der Ecke Nein, ihr wisst ihr? Na doch Haha Oh oh Da neben Haha Oh 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 Ah, Gott, 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 Gott Was ist jetzt los? Ok, wir wurden gerade abgeknallt Wir wurden gerade keine Panzer mehr angezeigt, aber egal äh, ja, wie viele Minuten haben wir jetzt schon? Mh, eine Viertelstunde Ich muss sagen, es genügt erst mal Komm mal raus Warte, das ist die Runde, warte mal Wir machen noch die Last Round, letzte Runde Wie, noch eine jetzt? Du hast doch einen PZ2-Kampfwagen ausgelassen, oder? Das ist gerade gar nicht wieso Müsste ich so haben Hä? Das ist gerade gar nicht wieso Guck mal nach, guck mal nach, guck mal her Wir machen jetzt Last Runde Letzten Runde So ist der Garage Das ist mir nicht der hier Lass mich erst mal warten PZ2 Nö, hab ich nicht PZ-Kampfwagen Ausstattung D Premium Panzer Das ist leichter Panzer Sufe 2 Was? PZ2? Nee, aus... PZ... Ja, PZ2 PZ-K-P-W... äh... FW2 Ja, Ausstattung D Und Ausstattung D, stimmt's? Steht nix bei mir Bei mir steht nix da mit Ausstattung Aus... F und D Bei mir steht da nix mit Ausstattung D Lass, setz mal rein Dann haben wir bereit Ich hab mir doch nicht mal gekauft So Jetzt müsst ihr es eigentlich haben Na, gerne nehmen wir einen anderen Zweier Oder? Ja Ja, jemand, Light, MK, Riss So Letzter Runde Last Rund Last, last, last Rund Hey, wieder mit Nein, äh, ja Besser Nur ob wir das was bringt, ist die Frage Okay, Zweiergefächt Hey Mal was Neues Hä, wie Zweiergefächt? Oder? Äh, nur Stufe Zweier So Na gut, noch ein paar Einser Aber sonst eigentlich Höchststufe 2 Ist ja auch gut Stimmt, ich vergesse immer, dass du ja Vor mir drinne bist Ich kann's halt Normalerweise ja nicht Normalerweise bin ich schneller Betten, ne Mitladen Und noch schneller mit Downloaden Seek Boah, krass, richtig krass Und das habe ich auch nicht Boah, Elmeritz Steuerung als Entfernen war das Einmal Äh, erst lasst Und geht noch Hast bestimmt ein paar Prozesse Die nicht offen sein müssen Wie Skype Nein Teams-Wake-Converter-Tränk ist an Wer nicht Okay Ach ja, wer will die TSIP Schreibe ich mit in der Beschreibung rein Oh, da ist halt einer von uns baden gegangen Da Oh Was Gott's, mein Trän Jetzt fährt er wieder raus Weil er ist Kahn Ich fährt halt im halben Wasser weiter So, weiter geht's Oh, da drüben ich ja der Punkt Einfahren Mein, Kel Äh, die war nochmal Hier nachladen Von einem Magazin Ähm Nee, ich guck gerade nach Da, C Okay Oh, da geht Schuss Ah, da drüben Hängt irgendein paar Einer Da hin Ich den Treffer Nee, ich hab den Treffer Nee, der ist zu weit weg Alter, ernsthaft Den da oben Schade Wär geil gewesen, hätt ich den getroffen Das wär geil gewesen Oben auf dem Berg hockt einer Hätt ich den getroffen, das wär geil gewesen Hm Hm Der Kusser Aber Der kriegt ja auch nicht Da Komm Ok Der ist einfach nicht getroffen Ich Eigentlich doch nicht Er ist Geil Hab ich den gekillt? Ja Geil Ok Ja Ist die Frage, wo sind die Feinde? Geh schon Da oben Hab ich eins auf nie getroffen? Da ging voll euch ihre Panzer rum Geil Assist Da drüben ist der nächste Ich hab ihn gesehen Da kommt zwei Da kommt drei Guck mal richtig auf dem Map Vier Ich hab auch einen gezielt Nein, bitte Lass mich den treffen Ja, hab Nein Ich hab den aber auch gekillt Hab einen Ja, ich glaub du hast den gekillt Der mich gekillt hat Nee, das war ein anderer Ok Ey, wir haben gewonnen Ach, wir haben gewonnen Ich hab mir auch grad so oft gesagt Ja, ich hab zwei Kills gemacht Yay Yay, ach, das Match davor war ne Niederlager Das Match davor war ne Niederlager Das Match davor war ne Niederlager Mit einem Gefechtsmodule oder verlassen die diverse Mitglieder Okay Das war's dann für diese Folge Ja Ich sag auf Tschüss, bis zur nächsten Folge Ciao Tschüssi 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 Tschüssi